Berichten zufolge wurde der fehlende Ring mit zwei Steinen aus der Sammlung von Prinzessin Diana seit Mai nicht mehr gesehen. Ein fehlender Verlobungsring, den Prinz Harry Meghan Markle geschenkt hatte und der Diamanten aus der Sammlung seiner Mutter Prinzessin Diana enthielt, könnte manipuliert worden sein, behauptet ein Schmuckexperte. Das atemberaubende Stück im Wert von 140.000 Pfund enthält einen Stein aus Botswana, wo Harry und Meghan ihren ersten romantischen Urlaub verbrachten, und zwei Diamanten aus der Sammlung seiner verstorbenen Mutter Diana, Prinzessin von Wales. Es wird berichtet, dass Meghan die Edelsteine seit Mai nicht mehr getragen hat, und es gab Spekulationen, dass das Stück möglicherweise restauriert wird, nachdem sich eine Fassung gelöst hat. Die Schmuckexpertin Danielle Rogers-Clark, eine professionelle Stylistin und Gründerin von Give Good Dress, sagte gegenüber GB News jedoch, dass die auffälligen Metallarbeiten, neu gestaltet oder repariert, werden könnten, um einen anderen Look zu schaffen. Sie sagte dem Sender, die Herzogin von Sussex hatte schon immer einen sehr starken Sinn für Stil. Der Rest ihres Schmucks ist immer recht schlicht und klassisch mit einem schicken Touch. Dies könnte eine Veränderung oder den Wunsch nach einem zurückhaltenderen Look widerspiegeln. Zum Beispiel indem wir die Diamanten von Prinzessin Diana in ein einfacheres Design umgestalten oder den großen Diamanten im Kissenschliff in ein anderes Schmuckstück verwandeln. Sie fügte hinzu, Ich weiß, dass es dem Paar wichtig ist, dass sie Diana auf ihrer Reise dabei haben. Meghan hatte zuvor gesagt, da sie Harrys Mutter noch nie getroffen hatte. Es ist mir so wichtig zu wissen, dass sie ein Teil davon ist. Uns